Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Generaldirektorin, Exzellenzen, meine Damen und Herren, es gibt eine alte Weisheit aus vorchristlicher Zeit, die sagt, bevor du redest, unterrichte dich, bevor du krank wirst, sorge für Gesundheit. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.